Sport braucht Räume. Bei vielen Sportvereinen und Kommunen ist aber genau das ein großer Engpass. Viele Sporthallen sind veraltet und gleichzeitig heillos überfüllt. Neue Sportstätten müssen also her, die sind aber oft sehr teuer und haben lange Bauzeiten. Bis jetzt, denn jetzt gibt es MEC Arena. MEC Arena ist eine standardisierte Freiluftsporthalle und dadurch besonders günstig in Anschaffung und Betrieb. Eine Freilufthalle ist eine innovative Mischung aus Sportplatz und Sporthalle. Dadurch können Sportler ganzjährig Sport an der frischen Luft treiben und sind jederzeit vor Sonne, Regen und Schnee geschützt. Zudem kann eine MEC Arena für Sie eine völlig neue Einnahmequelle sein. Nutzungszeiten, die selbst nicht benötigt werden, können an Hobby und Freizeitsportler vermietet werden. Denn hier besteht deutschlandweit eine enorme Nachfrage für allwettertaugliche Sportflächen. Und Sportler lieben die MEC Arena. Nicht nur wegen des günstigen Mietpreises, sondern auch, weil sie ganz bequem ihre Wunschzeiten online reservieren können. Um dies ohne großen Aufwand zu organisieren, erhalten sie bei MEC Arena ein komplettes System. Ein internetbasiertes Buchungs- und Bezahlsystem, eine daran gekoppelte automatische Lichtsteuerung und ein modernes Kamera- und Durchsagesystem zur Überwachung. Um dieses neue Angebot in der Region bekannt zu machen, bekommen sie außerdem Werbeunterlagen und ein Vermarktungs- und Sponsoringkonzept. Vereinsmitglieder, Hobbysport, Betriebssportgruppen, Schüler und Studenten – alle werden die Anlage begeistert nutzen. Auch für Feiern, Ferienprogramme und Turniere ist eine MEC Arena ideal. Das garantiert eine hohe Auslastung und damit eine schnelle Refinanzierung der MEC Arena. Mit MEC Arena erwerben sie neue Sportstätten und erschließen neue Einnahmequellen. Sprechen sie noch heute mit uns und vereinbaren sie einen individuellen Beratungstermin. MEC Arena – Halle fertig los!